Mit Repair Plus und dem Mega Max 66 hat Hella Goodman Solutions als erster Diagnose-Partner ein Echtzeit-Reparatur-Konzept auf den Markt gebracht, das die Fehlersuche auf wenige Handgriffe reduziert und in kürzester Zeit zuverlässig Reparaturlösungen liefert. Sofern der Hersteller die Vehicle Identification Number, die Fahrzeugidentifizierungsnummer im Steuergerät hinterlegt hat, wird nach Betätigen der Windtaste die Kommunikation mit dem Fahrzeug gestartet. Der Mega Max 66 zeigt automatisch alle zur Verfügung stehenden Modellvarianten an. Der Mechaniker muss nur noch das richtige Modell anklicken, um es zu aktivieren. Nur noch Kennzeichen eingeben und die Fahrzeugidentifikation ist abgeschlossen. So erhält das System direkten Zugriff auf eine der weltgrößten Diagnose- und Reparaturdatenbanken. Um den Fehlercode-Speicher eines Fahrzeugs auszulesen, wird Mega Max 66 über den OBD-Anschluss mit dem Fahrzeug verbunden. Am Bildschirm zeigt das Diagnosegerät an, wo sich dieser Anschluss befindet. Die ausgelesenen Fehlercodes werden direkt am Bildschirm angezeigt. Das System vergleicht die Fehlercodes sekundenschnell mit dem Datenbestand der Online-Diagnosedatenbank von Heller-Goodman Solutions. Das intelligente System sucht dabei aus tausenden Vergleichsdaten die Kombinationen mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten heraus und bietet dafür die entsprechenden Lösungsmöglichkeiten an. Auf Knopfdruck stellt der Mega Max 66 umfangreiche Informationen zum ausgewählten Bauteil zur Verfügung. Mit Hilfe von interaktiven Stromlaufplänen, Bauteilprüfwerten und Motorraumbildern ist die entsprechende Fehlerquelle im Handumdrehen gefunden. Die interaktiven Stromlaufpläne sind der direkte Weg zu allen fahrzeugspezifischen Ist- und Sollwerten. An der lila Umrahmung um die entsprechenden Bauteile ist auf einen Blick ersichtlich, zu welchen Bauteilen Vergleichswerte vorliegen. Diese Daten sind in Echtzeit ablesbar. Durch Auswählen des markierten Bauteils werden die entsprechenden Parameter angezeigt. Alle, die es ganz genau wissen wollen, finden im Bereich Erweiterte Funktionen den Menüpunkt Bauteilprüfwerte. Hier sind alle notwendigen Prüfwerte sowie die PIN-Belegung am Motorsteuergerät einzeln aufgeführt. Damit es auch hier besonders schnell geht, wird das im Schaltplan vorab ausgewählte Bauteil direkt angezeigt. Der Menüpunkt Teileinformationen liefert Tech-Doc-basierte Daten inklusive Herstellern und Ersatzteilnummern. Der Bestellvorgang für benötigte Ersatzteile geht dadurch wesentlich schneller und Fehlbestellungen sind so gut wie ausgeschlossen. Car History speichert die letzten 500 ausgelesenen Fahrzeugprotokolle und liefert damit nützliche Informationen zum Verlauf des Autolebens. Zudem bilden diese Daten eine wertvolle Basis für die Durchführung von Kundenbindungsprogrammen. Geht es trotz umfangreicher Systemhilfe bei der Reparatur mal nicht weiter, kann die gesamte Car History direkt ans technische Callcenter von Hella Goodman Solutions weitergeleitet werden. Für die schnelle und persönliche Reparaturunterstützung per Mail oder Telefon leitet das System den Benutzer einfach durch die Hilfeanforderung. Anschließend werden alle Daten und fahrzeugspezifischen Informationen an die Experten im technischen Callcenter von Hella Goodman Solutions übermittelt. Neben einem Auftragsticket erhält der markenspezifische Techniker von Repair Plus alle Informationen, die er für die schnelle Bearbeitung der Reparaturanfrage benötigt. Innerhalb kürzester Zeit meldet sich der Techniker mit Lösungsvorschlägen. Via E-Mail informiert das System automatisch darüber, wenn neue Informationen aus dem technischen Callcenter vorliegen. Die Hilfestellungen werden den entsprechenden Fahrzeugen direkt zugeordnet. Verwechslungen sind damit von vornherein ausgeschlossen. Häufig kommt es vor, dass Fehlersuchen auf Basis von Kundenaussagen vorgenommen werden. Auch hier helfen Megamax 66 und Repair Plus zuverlässig weiter. Über die technische Info kann der Mechaniker die Fehlersuche anhand der Kundenaussagen schon im Vorfeld bei der Fahrzeugannahme eingrenzen. Das System baut automatisch eine Verbindung zur Reparaturdatenbank auf und wählt anhand von hunderttausenden Vergleichsdaten für jeden Fehler den wahrscheinlichsten Lösungsweg. Natürlich können auch hier einzelne Bauteile angewählt und weiterführende Informationen angezeigt werden. Immer wieder werden von Automobilherstellern und Importeuren Rückrufaktionen gestartet, über die Kunden und Werkstätten manchmal nicht informiert sind. Auch hier weiß Repair Plus mehr. Liegen Rückrufaktionen zu Fahrzeugen vor, werden die betreffenden Modelle mit einem gelben Dreieck gekennzeichnet. Für detaillierte Informationen des Fahrzeugherstellers zur Rückrufaktion genügt ein Klick auf das Warnsymbol. Ein weiteres Highlight, eine detaillierte Ablaufbeschreibung, um den Pollenfilter zu ersetzen. Die Ausbauschritte können einzeln ausgewählt werden. Zum besseren Verständnis ist der jeweilige Ablauf fotografisch aufgezeigt. Entscheiden Sie sich jetzt für die leistungsstärkste Diagnose, die es von Hella Goodman Solutions jemals gab. Für schnellere Reparaturen und mehr Umsatz Plus.